Ich habe so viel schon in der Sand gesetzt, so viel Geld schon verbrannt, aber dafür habe ich auch schon geile Ideen kreiert. Ich habe schon ganz, ganz vieles bewegt, habe Projekte, die unglaublich sind, ins Leben gerufen. Aber ich könnte jetzt sagen, oh Mann, ich habe so vieles verkackt, ich habe so viele geile Sachen und das habe ich. Mein Fokus liegt ganz klar darauf, weil ich alles schon Wundervolles gemacht habe und das wird noch mehr. Je mehr ich mich darauf konzentriere und mich feiere, was ich alles schon Tolles ins Leben gebracht habe, desto mehr kommt natürlich auch davon. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen in die Umsetzung kommen.